Irgendwann wird das Ding schon arbeiten, solange stelle ich uns erstmal noch Holzkohle her. So, da war die Cassie weg vom Fenster. Ach ja, ach ja, ach ja. So viel Flint, wohin nur damit? Vor allem, wieso räumt die Redstone darin, wenn die hier ne Kiste haben? Was ist denn das für ne Trollor? Ja, gut. Ähm, da war aber noch ne Quest. Die ist auch komplett, okay. Ich brauche Gold und Redstone und Eisen, geht nicht anders. Gold kann ich dir ein oder zwei machen. Ich brauche Minimum zwei, damit ich die nächste Quest anfangen kann. Äh... Hat dich hier mit Absichten noch gelassen? Keine Ahnung. Ach, jetzt weiß ich, warum der nichts macht. Äh, dämliches Egg. Ich glaube, der muss auf die Höhe gesetzt werden. So... Das... Das... Und das... Und das... Jetzt muss der eigentlich Schluss legen. Da ist ein Tool drinne. Äh... Do I plant things at tools? Hä? Können wir mich verarschen? Äh... Mal gucken, ob das damit geht. Aber das ist doch Holz. Ähm... Nein. Jetzt geht mir toll. Jetzt frage ich mich, warum der hier nichts setzen tut. Stell ruhig auf. Es gibt mehr Licht. Ähm... Das war welcher Mod? Wetter Barrel. Ich kann jetzt nicht gucken. Eins, zwei, drei, vier Stück noch. Vier Stück. Nein. Raus. Ich sortiere jetzt hier auch mal kurz ein bisschen rum. Wir brauchen aber noch Erde. Wir brauchen Releafs. Eins, zwei, drei. Zwei Gold. So. Zwei Gold. Und die Kiste ist voll. Läuft bei dir. Ja. Wir sind voll... Warte mal. Wie teuer sind die Storage Teile? Welche Storage Teile? Die... Box. Äh... Die, die ich hier oben hab? Wo das kommt. Ja, die hab ich auch da oben. So. Ja. Die sind nie teuer. Soll ich die welche herstellen? Wäre nicht. Und... Da können wir das dann später nämlich auch alles automatisieren. Ich. Ähm... Da hast du dann zwei Gold. Warte, ich muss das kurz sperren. So. So. Jibiii. Wie viel brauchst du denn? Ähm... Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, zwei, zehn, zwölf. Stell mal 15 her. Äh... Ich hab erstmal... Wenn's geht. Ich hab erstmal nur neun. Okay. Reicht auch. Okay. Ich muss warten, bis die Baumform... Ach, die legt doch hier fleißig los. Warum? Die sieht's hier nicht? Das ist seltsam. Der müsste das eigentlich automatisch abernten und setzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Er wartet. Ja. Aber... Trotzdem... Ich pflanze da gleich noch ein bisschen Erde hin und dann guck ich nochmal weiter. Okay. Hab ja noch ein paar Leaves hier. Wo darfst du die hinstellen? Was unten? Mhm. Mach dir doch hier hinten ein kleines Lager. Okay. Musst du noch aufpassen, hier ist ne Redstone-Tacke, die die Lampe hier betätigt. Okay. So, baust du dir da hinten einfach ein kleines Lager hin. Ähm... So... Viel Luft. Weil dann kann man vielleicht auch alles nach unten verlagern. Mit dem Lager. Ähm... Ich müsste eigentlich mal auf mein Handy gucken. Ich glaub Cassie hat mir geschrieben. Wahrscheinlich ist wieder ihr Moblan aktiv. Mhm. Hat sie ja vorhin gesagt. Mhm. Ist halt auch Mist. So. Das, 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 das. Der arbeitet hier nicht einmal. Ist irritiert. Haben wir noch irgendwo ne Spitzacke oder was die ich nutze? Musst du bestimmt craften. Ah, da ist auch ne Holzspitzacke. Na ja, Holz wird ja nicht viel bringen. Ich brauch ja nur vier Blöcke. Wo hab ich denn jetzt das... Hä? Ich hab das doch eingesammelt. Was? Der Blanta ist irgendwie verschwunden. Komm gleich. Ich hab den eingestellt mit in mein Inventar. Hol ich mir den zweiten, den wir noch haben. Vielleicht war der eine ja auch bloß kaputt. Na das. So. 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 Dann einmal Kohle. Einmal Seeds. Einmal Ho. Und die Range. Ich frag mich auf was der wartet. Der arbeitet überhaupt nicht. Ich glaub hier sind schon wieder die Äxte weg. Die Äxte oder die Kohle? Die Äxte. So. Und die Kohle. Der verfeuert schon aus wertvoller Holz. Nicht gut. Nicht gut. Äh. Ich brauch die Holzkohle. Das. 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 Und genau das. Das. Aber dass der hier nichts macht. Das ist. Das irritiert mich jetzt. Das irritiert mich jetzt. Das. Ach hier. Ah. Jetzt macht er. Ich hätte den unter den Wasserblock setzen müssen. Ach Eik. Ach Eik. Volltroddel wie am Buche steht. Dann machen wir gleich noch ein paar Upgrades dazu. Ähm. Das. Wow. Zwei Stück noch. Jetzt haben wir ein 8x8 Feld was uns Essen macht. Oh. Das heißt. Ich. Kabelstone müssten wir ja noch haben. Ne haben wir nicht. Doch. Ernsthaft. Genug. Ja. Lass mich hoch. Ein paar Mauern herstellen hier. Hm. Okay gut. Die sind relativ einfach zu craften. So. Alle. So. So. Genau. Da brauchen wir noch ein bisschen Erde. Da kriegen wir aber hier alles raus. Ach ja. Hm. Da sind die Mauern. Mal alles so ein bisschen eingrenzen hier wo was ist. Für die nächste Quest brauche ich 59.049 Cobblestone. Ja. Wir haben genug. Dafür hole ich mir aber eine Werkbank da rum. Mach das. Wenn wir denn Holz hätten. Dann. Äh. Bring ich dir gleich was. Okay. Wieviel brauchst du? Einen Holzstamm. Dankeschön. Bitte. So. Äh. 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 Glowstone Torches. Äh. Glowstone Torches. Vier. Vier. So. Amy guckt. Oh. So. So. Ich glaub die können auch nicht fassen, dass wir automatisches Essen und so weiter produzieren. so. Tja. Hm. 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 Irgendwie sind meine Ingame-Sounds extremst leise. Hm. Hm. Ich hab alles auf 100% Ja Ah hier wird eh wieder alles mit Musik hinterlegt Nach dem Aufnahmestopp guck ich erstmal das Handy ob Cassie mir geschrieben hat Mhm Oh wir haben keinen Koppelsturm mehr Du musst da warten Da musst du jetzt warten So Ich glaub das muss ich sogar noch eins weiter verschieben Ne lass mal so Und Dann Du 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 So Lass mich rein Kannst du mal bitte hochkommen und das Tor aufmachen Hm Das will mich nicht reinlassen Hä Lull Ja Ähm Ja Hm Meine Nachricht braucht ewig mitzusenden Hm 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 Jetzt kommt meine Nachricht ist dann okay Ah Ja Ja Ähm Jo Aber dürfte nicht viel passieren Da wird jemand grad auf Erkundung sein Deswegen Hm Braucht das zu lange Ja Ähm Kast Hier und auf Erkundung Und Erlade die Eins Und Schöne So Jetzt gehts wieder Mhm Wer weiß Wer weiß Wer weiß Wer weiß Wer weiß Wer weiß Gut Ich wollte jetzt aber die Aufnahme beenden Ich bin schon bei 20 Minuten Ne Da Ich bin schon bei 30 Minuten Untertitelung. BR 2018